Herzlich willkommen liebe Freunde zu einem neuen CoinEx Tutorial oder besser gesagt das erste CoinEx Tutorial. Ihr wisst es ja, CoinEx ist eine meiner Partnerbörsen. Viele Anmeldungen dafür möchte ich mich erstmal bedanken und natürlich kommen da auch Fragen auf. Was hat es mit dem CET Token, dem hauseigenen Token der Börse CoinEx, was hat es damit auf sich? Wir sehen uns nochmal die Börse an, weil auch Fragen kamen, gibt es hier denn einen Grid Trading Bot? Ja, den gibt es, ein bisschen schwierig zu finden, aber diese Börse ist wirklich drauf und dran, immer mehr Nutzer auch im deutschsprachigen Raum von sich zu überzeugen. Warum ist völlig klar und liegt auf der Hand, aber das sehen wir uns jetzt an. Ihr lasst mir im Vorfeld sehr gerne einen Kommentar, ein Like da, das unterstützt meine Arbeit hier auf YouTube. Bleibt alles schön gesund, wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Und los geht es, würde ich sagen. Die Börse CoinEx gerade wirklich sehr, sehr am Hypen im deutschen Raum, im deutschsprachigen Raum, also in der DACH-Region Österreich, Schweiz und Deutschland. Weltweit schon über 10 Millionen Nutzer. Ja, das ist noch ziemlich gering, aber die Zahl steigt massiv an und das liegt einmal an den sehr, sehr günstigen Handelsgebühren, die man hier hat. Und der zweite, ganz wichtige Punkt, CoinEx nimmt wirklich sehr, sehr viele Kryptowährungen mit in das Portfolio auf, was natürlich die breite Akzeptanz auf dem Globus erhöht. 1.166 und ihr könnt hier wirklich fast täglich drauf schauen, es kommen fast täglich neue Kryptowährungsprojekte hinzu. Das finde ich sehr, sehr stark. Das 30-tägige Handelsvolumen, 43 Milliarden US-Dollar. Heftig. Kryptowährungsprojekte auch jederzeit handelbar, wie es hier steht und überall mit iOS, also auch die Handy-App und ganz wichtig auch natürlich alles auf Deutsch. Sonst brauchst du es, glaube ich, hier kaum zu versuchen im deutschsprachigen Raum. Über den App Store, über Google Play und natürlich Android. Überall bekommt ihr dann natürlich diese App ganz easy downgeloadet. Anmelden funktioniert auch super einfach, also es sollte auch jeder hinbekommen. Gerne über meinen Link, das unterstützt mich natürlich hier bei meiner Arbeit. Und ihr habt noch das Glück oder das Privileg, sage ich mal, exklusive Nutzerrabatte zu bekommen. Und zwar hier oben dann auf neue Nutzer. Wenn ihr 20 USDT einzahlt, bekommt ihr eine Belohnung von 10 USDT in Cashback oder schließt den Handel ab. Euren ersten Spotkauf mit 50 USDT bekommt ihr 30 USDT und so weiter und so fort. Also das kann sich auf jeden Fall lohnen. Wir gehen aber erst mal, bevor wir noch tiefer in die Börse reingehen. Moment, hier sehen wir auch noch mal 76 Punkte. Also da ist noch Potenzial nach oben von den Jungs von Bitcoin2Go, die immer hier die Anbieter auf Herz und Lungen prüfen. Einzahlung ab 10 Euro Gebühren 0,2% natürlich. Und das Ganze ansässig in Hongkong. Dort auch Regulierung, natürlich asiatische oder hongkongerianische Regulierung. Aber das schon mal ganz wichtig. Gegründet 2017. Das nochmal als Eckdaten. Das Potenzial von dem hauseigenen CET-Token. Das wird in Zukunft auch ganz, ganz wichtig. Sie haben einen Burn-Mechanismus. Das heißt, am Ende des Monats werden extrem viele Token hier gebürnt. Über 70, ich meine 75, 79% der Token sind schon aus dem Verkehr genommen. Was hier natürlich einmal theoretisch zu einer Wertsteigerung führen kann, sollte. Aber ihr habt mit diesem Token, ähnlich wie bei Bitpanda mit dem Best-Token, noch Privilegien, eure Staking-Rewards zu erhöhen, an verschiedenen Events teilzunehmen, Gebühren zu sparen. Also es lohnt sich auch, diesen Token zu halten. Wir gehen hier unten mal auf das Fazit. Da mache ich es mir ganz einfach. Da muss ich euch das nicht alles hier runterbeten. CET ist der zentrale Token des Coinex-Ökosystem. CET bietet seinen Nutzern weiterhin viele Möglichkeiten, Erträge zu generieren, sowie flexible Investitionsoptionen durch eine Reihe innovativer Produkte und Aktivitäten. Die Teilnahme am AMM zum Beispiel, Coinex-Staking und einer Vielzahl von CET-Aktionen, die ihr dann immer auf der Homepage natürlich auch findet. Künftig wird CET auf dem Kryptomarkt nicht nur irgendein Token sein, sondern ein Weg für Nutzer, um mit dem Investieren anzufangen und mehr aus ihrem Geld zu machen. Coinex und CET werden sich auch in Zukunft konstant weiterentwickeln, damit jeder Nutzer Teil sein und die vielen Möglichkeiten im Bereich der Kryptowährung und Kryptofinanzen nutzen kann. Das erstmal grob dazu. Ihr könnt auch gerne mal, wenn euch das noch tiefer interessiert, da googeln. Und natürlich gibt es auch ein AMA mit dem CEO von Coinex. Und hier sehen wir auch den Kost des CET-Token, der sich innerhalb eines Jahres doch ganz gut entwickelt hat mit 112% und die Market Cap bei 192 Millionen US-Dollar. Das Ganze rankt auf Platz 258. Wie gesagt, nehmt diesen hauseigenen Token ernst und wenn ihr euch da anmeldet, informiert euch nochmal eingehend darüber, welche Vorteile euch das Ganze natürlich auch bietet. Coinex schließt Rückkauf und Verbrennung von 3,16 Millionen CET für Q2 ab. Also das Ganze wird auch natürlich immer öffentlich geteilt und auch festgeschrieben. Ihr könnt das Ganze dann euch natürlich auch ansehen. Zum Beispiel hier über die Seite coinex.com.de. Hier seht ihr die CET, den Deflationsmechanismus, wie das Ganze deflationär natürlich verbrannt wird. 71% sind es, die schon verbrannt wurden von 10 Milliarden Token. Also da ist nicht mehr viel, was noch zu verbrennen ist. Marktkapitalisierung 192 Millionen. Insgesamt verbrannt 7,1 Milliarden Token. Also das Ganze wird dann auch immer öffentlich regelmäßig aktualisiert und geteilt. Über diese Seite seht ihr auch den Mehrwert, den ihr habt. Ihr habt hier das Privileg, durch diese Token auch frühzeitig euch Vorteile zu sichern. Airdrops, das Staking, Mining. Aber das müsst ihr euch dann auch mal anschauen. Bevorzugter Vorteil. Da können wir auch mal kurz drauf eingehen. Es gibt hier 5 VIP Klassen. Je nachdem wie viele Token ihr haltet im VIP Level 1. Spart ihr nochmal auch auf eure Spotgebühren 0,18% und so weiter. Auf Futures sogar nochmal 0,02. Das ist jetzt nicht viel, aber es macht doch beim Traden gerade schon was aus. Und da kommen wir doch gleich zum Thema. Viele haben gefragt, wo ist denn hier bitte dieses Grid Trading, dieses KI Trading. Und zwar findet ihr das unter Spot natürlich und dann unter Strategiehandel. Und da gibt es hier einen Spot Grid und das reicht auch völlig. Um diese Investmentpläne, Autoinvestmentplan oder den Spot Grid, den KI Bot zu nutzen, müsst ihr hier ein Passkey Verfahren durchlaufen, was eurer Sicherheit dient, dass ihr das wirklich seid. Mit dem Handy geht das super schnell direkt am Laptop. Ein QR-Code wird euch hier angezeigt. Ihr müsst den abscannen und dann werden euch die Schritte ganz easy angezeigt. Das hat bei mir vielleicht eine Minute gedauert. Okay, vielleicht zwei. Und dann könnt ihr hier über Spot Grid euren KI Bot einstellen oder den automatischen Bot nutzen. Natürlich, Risikowarnung gilt immer, ist natürlich auch risikohaft. Entweder die intelligente Empfehlung, also die KI Empfehlung oder ihr stellt den ganzen Bot euch manuell ein. Ich mache das immer gerne manuell, weil ich mir die Range nach unten immer gerne sehr niedrig setze. Bitcoin nehmen wir jetzt mal auf 40.000 und nach oben hin 80.000. Das heißt, in dieser Range wird für euch automatisch 24.7 KI technisch getradet. Und nach unten hin werdet ihr liquidiert bei 40.000. Also müsst ihr auch aufpassen. Das könnt ihr auch immer wieder einstellen, wenn Bitcoin sich in diese Range bewegt. Ich denke, viel tiefer gehen wir nicht. Natürlich sollte man hier auch eingreifen oder vielleicht diesen Spot Grid schließen dann. Und nach oben ab 80.000 hört er einfach auf zu arbeiten. Da müsste man den dann auch wieder einstellen. Hier die Anzahl der Grids, die Anzahl der Trades, die für euch gemacht werden. Und ihr seht es jetzt gleich hier unten zum Beispiel, da wo ich gerade mit der Maus bin. Je mehr Grids ihr einstellt, umso teurer wird das Ganze natürlich. Mehr Arbeit, mehr Kosten, aber auch mehr Effizienz. Das ist natürlich ganz klar. Doch je mehr Grids ihr hier macht, umso weniger ist natürlich auch der prozentuale Gewinn. Da gehen sie natürlich ein bisschen runter, weil sonst wäre ja der Gewinn exorbitant. Also da muss man die richtige Balance finden. Ich denke, 50 Grids ist völlig okay. Da habt ihr einen Gewinn pro Grid von 0,6 bis minus 1,59 Prozent abzüglich Gebühren. CoinEx möchte natürlich auch ein bisschen was mitnehmen. Und die Mindestinvestitionssumme liegt hier bei 294 Dollar zum Beispiel. Das Ganze erstellt euch einfach. Testet das mal aus. Es kann sich wirklich lohnen. Hier mal mit, ich sage es jetzt nur, muss niemand machen. Erstmal testen. Definitiv mit 200, 300, 400 Dollar ein bisschen rumzutraden. Das Ganze laufen zu lassen. Finde ich persönlich ist eine gute Sache. Okay, und was gibt es noch zu sagen? Ja, 1100 Kryptowährungen, weitaus mehr. Wir haben natürlich auch das Copy Trading, was immer beliebter wird. Hier könnt ihr die Trader kopieren, deren Trades, die hier profitabel sind. Natürlich das auch keine Garantie. Und ja, hier vorne sollte man sich dann, glaube ich, ganz einfach mal durchklicken. Das ist wie bei jeder anderen Börse auch. Euer Spotkonto, euer Margin-Konto, wie viel ihr drauf habt. Ihr könnt das KYC-Verfahren auch durchlaufen. Wenn ihr das wollt, müsst ihr aber nicht. Das erst mal zu CoinEx. Also diese Börse finde ich sehr, sehr geil. Einfach, weil sie super viele Kryptowährungen hat. Die Gebühren mit 0,2% sind schon extrem gering. Und halt auch immer mal so Events ähnlich wie bei BingEx finde ich persönlich sehr, sehr gut. Da kann man immer mal oder hat man immer mal die Chance, noch ein bisschen extra Einkommen zu generieren. Und gerade Copy Trading und das KI Trading, ich liebe es einfach. Okay, auch wenn ich schon mal liquidiert wurde, weil ich nicht aufgepasst habe. Ihr lasst meinen Kommentar ein, Like da und checkt diese Börse ab. Wie gesagt, über meinen Link würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt immer schön gesund. Peace.